Der Moderator und Schlagerstar Helene Fischer waren viele Jahre zusammen. Helene Fischer hat nach der Trennung von Florian Silbereisen ihr, neues, Glück gefunden. Die 40 Jahre alte Sängerin ist glücklich mit ihrem Thomas Liiert, die gemeinsame Tochter Nala krönte diese Liebe. Zehn Jahre ein Paar, doch auch davor war Helene lange Jahre, glücklich, vergeben. Mit Schlagerkollege Florian Silbereisen war sie rund zehn Jahre zusammen. Sie galten als das absolute Traumpaar, gingen durch dick und dünn, liebten einander auch mit fragwürdigen Frisuren. Wünscht Ex das Beste, Helene hat also ein neues Leben begonnen. Eines, zu dem sich Florian Silbereisen immer nett geäußert hat. Mehrfach betonte er, dass er seiner Ex Glück und Liebe wünsche, auch wenn sie getrennte Wege gehen. Was läuft mit Beatrice? Seit der Trennung wird oft über eine neue Liebe für Florian Silbereisen spekulär. Er hatte wohl eine neue Beziehung, doch mittlerweile ist er wieder Single. Doch was läuft mit seiner Kollegin Beatrice Egli? Die beiden harmonieren perfekt, zumindest auf der Bühne. Einer, der beide kennt, ist Schlager Badegege. Andersson. Der weiß mehr. Nämlich, dass Silbereisen und Egli nur gut spielen, aber kein Paar sind. Wegen Helene, wir müssen nicht darüber reden, dass das ein super Pärchen ist, ganz klar, sagt er zu Freizeitmonat, jedoch soll alles nur Show sein. Der Grund? Silbereisen soll noch Single sein, wegen seiner Ex Helene Fischer, sie war für ihn die ganz große Liebe, das muss man erst mal verarbeiten. ?